Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Hannover Trainer Thomas Doyle war in dieser Saison schon das eine oder andere Mal aufgebracht, ob der Leistung seiner Mannschaft Urheberrecht die Peer Picture Alliance 23. März 2019, 18.30 Uhr Thomas Doyle hat in zwei Monaten bei Hannover 96 sportlich nur wenig erreicht. Verbal hat er allerdings für den einen oder anderen Aufreger gesorgt. Sport 1 zeigt das Wutprotokoll.